Und I'm on my spot, I'm like, I can, I got that beat in my eyes, I'm like, Tyson Gutomiro, Kamp, Kamp, Drei! Meine Damen und Herren, in der blauen Ecke vom Team Bosnien, 69, 20 Kilo, Kämpfe, drei Siege, 16 Niederlagen, ein unentschieden, Coach Telko Stegic, Nerdin Fejtovic. Sein Gegner in der roten Ecke, Kämpfe, Deutschland, 69,8 Kilo, ein Kampf, ein Sieg, Coach Andreas Cerate, Gunzamiro Kakande. Wir kämpfen viermal, drei Minuten. Referee in charge, Rostam Ramiro. Einen Profikamp hat er bislang bestritten und gewonnen. Musamiro Kakande in der roten Ose, ein bemerkenswerter junger Mann aus Uganda, der mit dem festen Willen nach Deutschland gekommen ist, das hier zu schaffen. Einer, der sich nicht schonend im Training klotzt und nichts dem Zufall überlässt. Nach dem Sieg über den Kroaten Ivi Karko Bosevic will er sich heute, Nerdin Fejtovic aus Bosnien und Herzegor wieder vorknöpfen. Na, geht er vielleicht mal optimistisch zur Sache kann, Kante. Gute Treffer. Ah, ah, den Körper noch mal gezogen. Schuh kaputt. Ich hab die Sonne gelöst, was sich alles gibt. Schnell präpariert das Ganze. Musamiro Kakande, 28 Jahre alt, in Kampala, in Uganda, geboren. Schöne rechte Zumkopf von Fejtovic, da hat er gewackelt. Man zeigt ihm an, du, deine Schläge machen mir gar nichts aus, aber du kannst mir gar nicht vor. Jetzt setzt er hier nach, ein bisschen ungestübt, ein bisschen wild, Kante. Aber der will ja heute einen vorzeitigen Sieg. Und das sieht gut aus hier in der ersten Runde. Keinem Gegenwerk von Fejtovic, Spielball der vollste Karkandes. Der setzt nach. Rechtsausleger. Ja, ein bisschen weit weg vom Gegner. So, das hat er am Seil. Aber der muss ja ganz schön anstecken, schon in der ersten Runde. Aber völlig machen, ne? Rechts die Tarnerdin, Fejtovic. Auslagenwechsel machen zwischendurch. Bringt auch nix. Und mit dem Kopfschütteln, das war nix. Zack, wieder die Leuchte. Da treibt ihn vor sich her. Kopfstreffer. Versucht jetzt da irgendwie über die Zeit zu schmuggeln. Der Fejtovic. Da hat er nach unten gedrückt. Ringrichter Rustan Rahimov. Immerhin fünfmal deutscher Weißer gewesen zu seiner aktiven Zeit. Olympia dritter 2004 in Athen im Kriegengelicht hat er die Bronzemedaille geholt. 2015 sogar die Weltmeisterschaft Silbermedaille. 2008 hat er nochmal Olympisch-Spiel teilgenommen in Peking. Ist er allerdings dann in Runde 2 ausgeschieden. So, hier nochmal ein paar Zeitluppen. Da haben wir Boxen natürlich viel zu tun, was der Nervin Fejtovic da bringt. Da hat er mal versucht, sich zu wehren, aber haut da auch weit vorbei und erst fokussieren. Ich habe es gesagt, der will, der hat ein eiserne Willenlichter durchgesetzt in Deutschland. Fejtovic-Profi seit 2013. Direkt in der Lage im ersten Kampf gegen André Kurz aus Dachau. 2015 ein überraschender Sieg von ihm über den bis dahin umgeschlagenen Münchner Martin Popp. Der sich darauf findet, schlossen hat, die Karriere zu beenden. Und das war es dann schon mit den Erfolgen, die nennenswert sind von Fejtovic. Oh, da haben wir mal die rechte Tritt von Fejtovic. Aber sehr beweglich. Usamiro, Kakande. Man hat jetzt zwar seine rechte Hengen. Da ist noch zweimal durchgekommen, der Fejtovic. Aber zwischendurch kassiert er eben auch immer wieder harte Pfeffer des Mannes aus Uganda. Da ist wieder eine normale Auslage, Kakande. Da ist wieder eine normale Auslage, Kakande. Er hat sich jetzt ein bisschen besser auf Kakande eingestellt, der näher den Fejtovic. Dann kommt die rechte Hengen. Da kommt die rechte Hengen. Da kommt die rechte Hengen. Na ja, wieder Schlagabtauscher. Bisweilen zwischen beiden. Hat auch den Ellbogen geschoben. Ja, verkrampft jetzt ein bisschen hier bei seinem Vorhaben, den frühzeitig wegzulegen. Die richtig klaren Treffer in der zweiten Runde sind nicht gekommen. Ja, Führungshand vorbereiten, richtig. So, mal wieder die Auslage gewechselt. So, mal leichten die Diengang. Ja, aber alle, die gedacht haben, dass die zweite Runde ist, die Sache vorbei. Nach der ersten sehr guten Runde von Kakande, die haben sich ein bisschen getäuscht. Der Fesovic hat sich da jetzt doch so einigermaßen taktisch berappelt. Kakande qualifizierte sich als Afrikameister für die Weltmeisterschaft 2017 in Hamburg. Schien allerdings frühzeitig gegen den US-Amerikaner Quinton Randle aus. Der ist inzwischen ebenfalls Profi. Neun Kämpfe, acht Siege, ein Unentschieden. Bei der Weltmeisterschaft kam Randle ins Viertelfinale. Im Finale der Afrikameisterschaften, um da nochmal drauf zurückzukommen, schlug der Kakande Claire Marvin aus Mauritius. Der Kakande blieb in Deutschland, weil er nicht zum Militär wollte kämpfen. Ja, töten einen, hat er gesagt. Und wie er gehörten auch die Teamkollegen aus der ugandischen Staffel, David Hayiti und Geoffrey Kankito, nicht nach Ungarn zurück. Die Zor riviert existem einen, hat er Philnet Facebook und Profi risiert hier. Das ist eine ErasmIC- kızım zum Militär Zuhause sweeter. Bau und Da muss er aufpassen, hat er wieder die Linke hängen lassen und da rauscht so ein mächtiger rechter Hakenbehang beim Kopf vorbei. Wieder. Also das müsste der Feselitsch häufiger probieren hier mit seiner Rechten, jetzt, da könnte er Erfolg haben, aber Hakenbehang macht natürlich hier weiterhin mächtig Druck, so jetzt muss er hinterher, teilweise zu nah dran am Gegner, runtergedrückt, keine Schlagwirkung, wieder auf die Beine kommt Nerdin Fejsovic. Aufwärtswagen, okay. So, hinterher jetzt. So, da kriegt er wieder nach vorne weg, jetzt zum dritten Mal. Da schmeiß ich dann immer den ganzen Körper dem Kakande entgegen und dann passiert natürlich diese Stürze nach vorne. wieder. Ja, jetzt soll er boxen. Nicht catchen. Weiter, weiter. Muss dranbleiben jetzt. Zweimal schön getroffen. Na ja, er dreht sich jetzt doch immer so weg von der Kante, macht doch nicht ungeschickt, der Fejsovic. Chancen aber keine, er verlässt die da auf seine Rechte, die er nimmt den Ballkopf und dann kann es gefährlich werden. Schöne Damen und Herren. Also Ende der dritten Runde, verbissendes Kämpfchen, klare Sache für Musamiru Kakande. 2018 startete er bei den Deutschmeisterschaften, kam bis ins Viertelfinale, gab es nur umstrittene Niederlage gegen Nick Bia. 2019 schaffte er ein Zeitfinale, Niederlage gegen Paul Wall. Hier nochmal die wilde Prügelei zwischen den beiden. Er müsste ein bisschen mehr mit kühlerem Kopf kämpfen, der Kakande. betreut wird er von Andreas Selate. Und dann er hat ihn Fejsovic, wie gehabt heute Abend. Steck und steckig. Alleiniges zu tun, mit in der Ecke. Sinjunovic. So, sehr schön. Umarmen Sie beide nochmal vor der letzten Runde. Man kann mir vorstellen, dass der Kakande jetzt auch versuchen würde, hier die Sache noch vorzeitig zu erledigen. Also vertragen kann einiges, der Fejsovic. 16 Mal verloren, siebenmal vorzeitig. So, jetzt mal wieder das. Gleiche Bild haben wir schon. Also die beste Runde war Runde 1 für Kakande. Also die beste Runde war Runde 1 für Kakande. Fünfte Mal. Also schönes Boxen sieht anders aus. Aber er will jetzt unbedingt, hat er vorzeitig gewinnen und da verkrampft er jetzt auch, der Kakande. Der andere macht das für seine Verhältnisse geschickt. Der plabbert. Lässt sich dann mal nach vorne fallen. Bringt alles Zeit. Aufwärts sagen wir auch, kam gut. Wird nachsetzen. Also die zwei Schöne wie bei der dringende Rechte vorbei. Da. Zwei schöne Kopftreffer. Die hat er gespürt. Es wackelt er ein bisschen und geht wieder runter. Das war für den ehemaligen Weckladeboxer, die den Wuster an Rahim hoffte als Ringrichter. Das ist natürlich schwierig, was Hutz guckt, aber ich lächelte auch immer dazu, wenn die hier das Spielchen machen und er lässt sich wieder nach vorne fallen. Wenn der Karkant jetzt könnte und Schritt zurück macht, fällt er wieder. So, dranbleiben jetzt, also am Ringseil, jetzt klammert er die Arme von Karkante. Also der Einsatz stimmt. Boxerisch muss einfach kühlere Kopfen fahren, ich hab's schon mal gesagt. Nicht einfach nur drauf los, nach vorne und los schlagen. Da wackelt er nochmal, nochmal schön getroffen. Das ist ja gern vorbei, der Feselwitz wird froh sein, dass er über die Runden gekommen ist. Und Marc Karkante kann nicht zufrieden sein. Aber war das noch? Naja, ist halt noch Anfänger im Profi-Ring. Darf man nicht vergessen. Der 28-jährige Kämpfte der Bundesliga übrigens auch für DSK Hannover Selze. Und trainiert im Münchner Boxwerk unter Andreas Sellack. Wurde auch von Eck-Weltmeister Kassim Umar unter die Viertig genommen. Kassim Umar, ein Weltmeister aus Uganda. Da gibt's ja vier insgesamt. Kornelia Pusa Edwards war 1981 im Super-Fetegewicht-Champion. Ayupe Kalule, Amateur-Weltmeister. 1974 beim Weltmeister im Halbmittelgewicht. Der WBA, 1979 bis 1981. Dann John Mugabe, Olympia Silva, der Amateur. Und WBC Halbmittelgewichts-Weltmeister. Und dann der Kassim Umar, 2004 im Halbmittelgewicht der IBF. Und da lässt er sich feiern. Freut sich, ja, wo man nicht. Seine Städtchen auch. So, meine Damen und Herren, nochmal großen Applaus für beide Kämpfer. Wir haben ein einstimmiges Ergebnis. Gewinner in der Roten Ecke, Musamiru Kakande. Also, Musamiru Kakande gewinnt die Sache hier, klar. Hätte gerne vorzeitig gewonnen, was er noch nicht geschafft. Und jetzt freut er sich hier. Ausgelassen. Ja, wird sicher noch ein kleines Festchen geben heute Abend. The real King Kong, wenn du dich übrigens. So, harter Kampf. Ja, es ist mein dritte Kampf. Und der Gegner passt an. Aber ich bin King Kong, vom Haus Defender. Und ich kann alle gegen. Denn meine Gegner ist am Kass. Ich bin bereit. Und meine Team ist stark. Ich danke. Das kommt nicht. Mit einer Box. An meine Trainers. Von meinem Team. Boxwerk, Guys. Jaaaa! Jawoll! Wir sehen dich bald wieder. Musamiru Kakande! Das ist nicht mehr. Das ist360. Wenn du wahnsinnig, als Mikey spürst, Und in die Nach animals. Du meinst zusammenleb demi. Musamiru Ikseleggn Bali, Und noch nicht. Im Lady glänz, ivos alle Todes. Coates mit all die Angelegungen. Untertitelung des ZDF, 2020